Hallo Barthofen, mein Name ist Teresa und aktuell versuche ich mich vegan zu ernähren. Da hat es mir aufgefallen, dass vor allem Milchalternativen besägenen Glasflaschen oder Glasgefäßen angeboten werden. Ich dachte, dass ich sicher was machen und im Rahmen der Barthofen Adventkalenderaktion will ich euch heute zeigen, wie man Hafermilch ganz leicht selbst machen kann. Viel Spaß! Vielen Dank! Vielen Dank!